Heute stelle ich euch die nadelgelagerte Druckplatte für die Motoretype M500 bis M700 vor. Die Druckplatte, die ist jetzt hier in Gold eloxiert, gibt es aber auch noch in Grün, Rot, Blau und Schwarz und hat den großen Vorteil, dass eure Druckstifte nicht mehr, gerade vor allem bei Tuningmotoren, miteinander verschweißen können durch die hohe Reibung. Das Nadellager legt dementsprechend entgegen. Ein weiterer Vorteil ist die Einstellbarkeit und das zeige ich euch mal kurz am Motor. Und zwar der Riese Vorteil, ihr könnt mit leichtem Druck nach innen, raschet es hier ein und somit könnt ihr die Mutter ganz einfach lösen, den Stift entsprechend einstellen, so wie ihr ihn braucht, das merkt ihr ja an der Position vom Hebel und dann das Ganze wieder reindrücken und festziehen. Und mit mutiertem Kupplungsdeckel sieht das Ganze so aus, ihr kommt hier wunderbar rein, könnt ihr die Mutter lösen, den Stift einstellen und wieder anziehen. Also in Summe wirklich eine Win-Win-Situation, ihr habt eine Nadel gelagerte Druckplatte verbaut und könnt sie trotzdem ohne Demontage vom Deckel von außen einstellen. Habt ihr die Probleme auch schon gehabt, dass entweder eure Stifte verschweißt sind oder ihr euch geärgert habt für die Demontage, damit ihr die Kupplung einstellen könnt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Mühe 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 Mühe